Liebe Leute, ein herzliches Willkommen hier zurück zu DayZ19 Uhr natürlich Am Sonntag auf einem neuen Server, leider, weil der andere Server nicht mehr ging oder nicht gefunden war Ja, natürlich, ja, Area 51 ist leider verschwunden, hello, hello Oh, hey man Hey, what's up, what's up You all friendly? All friendly? Nice, Juts Just for speaking Oh, did we already met? At Pavlovo, military? Yeah, 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 oh, it's you again Yeah, Pavlovo Yeah, I love this game Yeah, Lux, Lux Yeah, Lux Yeah, Lux, Lux Yeah, Lux, man Listen, do you see that? I can hear all in a daisy stand and all Where are you from? Where are you from? Sorry? Where are you from, guys? I'm from Ukraine Nice Cool, man, I like Ukraine I'm from Belgium I'm from Ukraine I'm from Croatia Nice, so you speak, is it the same language? Where are you? I don't see you I'm from Ukraine Okay, I'm from Ukraine Where are you from, guys? Hi, hello, hello This is a question Hi, hello, hello Dead in 3, 2... Drei, 2... No You guys, on this server, where are all the people? Hey, 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 hey Sorry, what do you want? Please Hier, hier, hier. Take it, man. It's all I have, man. No one should be hungry. It's for you. Ja, Ermo ist das natürlich zu schätzen hier, der gute Kollege. Thank you, man. Er bedankt sich flügelig. It looks so great, man. Hashtag Ehrenmann natürlich. Oh mein Gott. Oh, not the finger, not the finger. Oh mein Gott, sind die lustig. Lick my finger. Ja, ich würde sagen, an der Stelle. Okay, gehen wir weiter, oder was ist los? Ja, yo, we got to go. Maybe we'll meet again. Yes, buddies. Goodbye. You too, you are good mans, man. Bye, bye. You are good mans. Ja, sehr korrekte Typen. Also zwei von denen habe ich eben schon Pavlovo getroffen. Die standen auf einmal fully equipped vor mir, ich mit einer Waffe in der Hand. Und die haben nicht geschossen, sondern mit mir gesprochen. Nice auf jeden Fall hier. Auf jeden Fall, ja. Grüße gehen natürlich hier raus nach Ukraine. Dreifach Grüße natürlich. Die dreifachen Ukrainer hier natürlich Grüße am Start hier. Auf jeden Fall. Das ist das Schicksal, dass wir heute hier drauf sind, ne? Wenn ihr auch aus der Ukraine kommt, schreibt es doch mal in die... Also. In die Kommentare. Und wir wandeln mal nach Selenoo. Nach Selenoo. Bei dir ist einer? Scheiße. Ist ein Bambi, soll ich mit dem hier quatschen? Wo ist der, wo ist der? Bei mir im... Ich komme zu dir. Friendly, friendly. Hey man, hello. Yeah, friendly, no problem. Hello. Ist er friendly? Ja. Ja, sagt nichts. Can you talk? Hey man, can you talk, buddy? No? Okay. Where are you from? Are you from Ukraine? Yeah, from... Okay, sorry. From Russia. No, 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 no. From Russia. Are you from Europe? Okay, you... Oh, no, no. France? Scheiße. Okay, that's good. Germany? Ah, fuck, Alter. From Poland. Nice, brother. Nice. What's your name? Oh, sorry. You can't talk. Yeah, feel free to loot. I have a question, my friend. But we won't kill you. I can't say hello in Polish. We just killed the whole squad here at the military base. So you can loot some bodies. Nice. Hier drin hab ich noch nicht geguckt, ne? Ich glaub, hier drin stapeln sich die Leichen schon, Mann. Oh, wo ist noch einer? Wo drin? Ah, passt schon, ist noch einer. Das passt natürlich schon hier. Was ist denn hier los, sag mal? Das ist ja unnormal. Das ist extrem unnormal hier in der Daisy Standalone. Das ist richtig krank. Das kann ich dir wohl sagen, ja. Überall Leichen, überall Massaker, Zerberstung. Überall Loot, alle friendly, so. Was ist los? Was ist los mit den ganzen Leuten hier, Mann? Ja, was hat's... Ich dachte, wir haben heute einen actionreichen Tag, aber... Man hat sich gewandelt in der Daisy Standalone. Ich weiß auch nicht. Ja, da würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut, oder? Ja, müssen wir ja hier, ne? Ist doch nichts los hier, Alter. Da müssen wir wohl leider einen kleinen Cut machen hier. Naja. Oh mein Gott, nice. Bei den Zügen ist einer, meinst du? Irgendwo dort. Das warst du, oder? Nein, ich bin hier bei dir, Alter. Da war auf jeden Fall die Zombie auch gerade am Start. Oh shit, ja, ich hab ja auch einen bei mir unten. Ich komm mal hoch zu dir. Hinten am Bahnhof irgendwo. Schüsse? Ja. Oh Gott. Das ist ein bisschen weg von den Fenstern. Ja, ja, Fenster ist hier in Seleno. Fenster ist hier komplett ripped. Ein Tabu natürlich. Die schießen hier rein? Auf dich oder auf mich? Ich bin mitten im Gebäude. Die müssen eigentlich, ich weiß nicht, die schießen hier auf die Tür hier? Aufs Gebäude? Schießen hier auf Zombies? Kannst du noch nicht, ich kann es nicht orten gerade. Shit, also ich hätte auch keinen Scope, muss ich sagen. Aber warte, die Zombies sind da hinten an Schienen wieder. Da. Ja, an Schienen, an Schienen. Ja, was machen denn die dummen Zombies, Alter? Welche Schienen? Oh, da ganz hinten. Sollen wir hinpushen? Echt? Warum willst du immer pushen? Ja, guck mal, die rennen doch weg, oder? Wo rennt denn der hin? Irgendwo dahinter in diesen ganzen Gebäuden. Warte, warte, vor dem Zug ist irgendwas. Ich gehe nach unten. Irgendwas beim Zug hat sich gerade bewegt. Dann lass hin, jetzt komm. Ja, okay, dann, ja. Ja, Mann. Da kennt er natürlich nichts, aber natürlich direkt hinrushen. Direkt hier die Chance auf Freundschaften dahinten, da muss ich sagen, da bin ich natürlich dabei hier. Ach du Scheiße, die ganzen Zombies. Au. Oh mein Gott, ich stecke mich schon gleich fest, Mann. Alter. Das ist einfach eine RIP-Aktion hier. Das ist total, das ist total oder in, ne? Ja. Dann blute ich auch noch. Ja. Ja, ich auch. Oh, shit. So, wir erstmal versuchen, den Bahnhof uns wieder zusammenzufinden. Ich werde schon mit Scheißen hier. Du auch, sehe ich. Ich finde den Offiziersparken kurz, ich muss mich verbinden. Nice. Komm schon, mach die Bahnhofstür auf. Nice, perfekt. Bist du sicher? Du, sicher ist natürlich in der Daily Standalone ein sehr, sehr relativer Begriff hier. Ja, stimmt natürlich. Ja, aber ich verbinde mich erstmal. Jo, Leute. Wir hassen, ach so. Wir hassen den Mango-Server. Ach so. Nice, küsse ich nicht mehr raus an den Server auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall, ja alle 10 Minuten natürlich Restart. Und dementsprechend sind wir sehr zu Zeitdruck, in Zeitdruck geraten. Unter in, in, auf Zeitdruck natürlich geraten. Ja, natürlich hier am Start. Aber wenigstens, ey, ganz ehrlich, voll equipped wieder. Ja, 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 ja. Area 51 hier natürlich sehr zu empfehlen. Und an der es gibt natürlich andere noch Server, wahrscheinlich andere noch Server, die auch sehr zu empfehlen sind. Natürlich, wie zum Beispiel, äh, ach, scheiße. Äh, äh, ja. Okay, mal kurz das Thema wechseln natürlich. Ja, nur wechseln wir mal das Thema. Hier hast du gerade ein geiles Thema, über das du reden möchtest, Bro, wahrscheinlich, Bro. Nee. Nee, ich auch. Ach so. Ja, die 2. Folge, ne? Ist gut angekommen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Genauso wie die 199. und die 198 davor. Ach so. Ach so. Alle, alle kommen gut an. Wie kann das sein? Wenn man eine Folge nicht gut ankommt, dann schreibt das bitte nicht in die Kommentare. Das juckt uns. Doch, eigentlich schon. Doch, ab dann heulen wir wieder in der Ecke, stillschweigend. Ja, das war es dann mit Daisy, 19 Uhr. Wir sind da ein bisschen sensibel. Nee, eigentlich. Ach so, sehen wir das? Ach so. Nein, nicht mehr. Ja, nö, eigentlich nicht, ne? Nach sechs Jahren, ne, sie ist mir natürlich hier schmerzbefreit. Ist so, ja. Man nimmt gar nichts mehr ernst im Leben. Kurz looten? Äh, ja. Ja, nur mal so, dies, das hier durch looten, oder? Ja, wie bei einer Zombie-Leiche, ne? Oh, shit. Ja, lass hin, lass hin. Hä? Hä, wo denn? Ja, nee, am Anfang. Ich meine ja nur, vielleicht ist sie irgendwo ein Spieler. Am Anfang von Valota Airstrip, oder was? Ah, ja, 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 ja. Ja, die kann auch sonst wer erschossen haben. Ja, wahrscheinlich erschossen, oder? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich kommt man die nicht durch. Oh, ist das ohne Nade? Woohoo! Wow! Das geht auf keinen Fall schief, wenn du die wirfst, ne? Nee, heute nicht, ne? An diesem neißen Sonntag, 19 Uhr, ja. Sonntag, 19 Uhr natürlich nach wie vor. Da geht gar nichts schief. Genauso wie die vorherigen fast zehn Minuten ist immer noch Sonntag, 19 Uhr. Vielleicht ja schon 19.10 Uhr. Genau, denn wir sitzen für die Folge schon drei Tage dran. Ja. Und mittlerweile, naja. Ja, ist so. Mango-Server, eine Folge, drei Tage. Es ist normal. Es ist eigentlich normal in der Daisy-Sanlon, ne? Ja, ja. Da müssen wir irgendwann natürlich nochmal hier Selenogorsk aufräumen. Aber kommt Zeit, kommt Mango. Wie das alte Sprichwort schon sagt. Na, ganz ehrlich, der im Zug hat mehr geschluckt, als sonst wer. Ja. Ganz ehrlich, Mann, das kann nicht sein. Ja. No Damage-Bug natürlich gefixt hier. Nee, das nicht, aber... Mit dem nächsten Bug. Achso. Achso. Ah ja, anscheinend ist er noch Damage-Bug gefixt jetzt mittlerweile. Anscheinend. Man weiß es nicht, aber... Ja. Ich glaube, der nächste Bug, den du haben wirst, Bro. Der wird mich das Leben kosten hier. Das war natürlich dann wieder noch ein Damage-Bug hier. Brauchst du eine Weste? Nee. Oh mein Gott. Leitungstechnisch bin ich echt zufrieden, Mann. Aber sind die ganzen Leute schon wieder hier, ey? Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Der Server ist randvoll, ne? Weiß ich nicht. Aber Flugzeug? Äh? Nee, Spaß. Oh, ey. Da freut man sich, weißt du, dann bist du wieder verarscht. Es geht immer so. Ich gehe jetzt hier aufs Dach und lese hier noch einen geilen Gag, by the way, vor. Was? Ich habe nicht mal einen rausgesucht. Echt nicht? Ja, scheiße. Martin, oder? Ja, dann würde ich sagen, kleiner Cut, oder? Auf jeden Fall. Dann gibt es einen harten Gag. Nice. Richtig harten Gag hier. Bam! Ja, liebe Leute. Wahrscheinlich, bam. Ach so. Ja? Was? Ach so. Da haben wir uns natürlich kurz zurückgezogen und uns beraten, wie wir am besten das machen jetzt hier. Natürlich zwei Gags rausgesucht. Wahrscheinlich, wie wir das machen, oder? Wahrscheinlich beraten, oder? Einfach nur, jo, lass mal Gag raussuchen nach Cerno. Wir haben uns für euch vorbereitet. Das ist eine coole Beratung auf jeden Fall hier. Ich fange einfach mal an hier von Evil Fluffy. Und zwar schreibt der Hashtag Daisy, Hashtag Gag. Ganz wichtig, das immer dazu zu notieren, damit wir das sofort sehen. Was essen Autos am liebsten? Diesel, oder? Ach so, der Gag. Parkplätzchen. Oh shit, Mann. Nicht schlecht, oder? Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Dann habe ich auch einen, Mann. Vom altberühmten Robo-Kohl natürlich, der Gag-Bringer. Oh, Alter. Dass er überhaupt noch Gags hat, oder? Ja, wo hatte die her, Mann? Alter. Ach so. Hashtag Daisy, Hashtag Gag. Ach so. Die machen Siegel Liebe. Was die machen? Natürlich. Liebe Liebe? Super vorsichtig. Boom, boom, boom. War die wegen der Stacheln, oder was? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja, lustig, nice. Ja, ist doch geil, oder nicht? Robo-Kohl, ganz ehrlich. Grüße gehen raus, oder? Ja. Ja, aber Grüße gehen natürlich raus an Robo-Kohl hier. Da kann man natürlich verstehen, wenn der ein oder andere Gag nicht mehr ganz so zündet, denn er hat natürlich hier schon die gesamte Gag-Landschaft abgefrühstückt. Und der liebe Robo-Kohl natürlich hier. Auf jeden. Falls ihr auch noch einen Gag habt, einfach in die Kommentare oder da unten mal gucken. Da ist natürlich der ein oder andere Schenkelklopfer tapfer. Wahrscheinlich Schenkelklopfer. Schenkelklopfer, ey. Ach du Scheiß. Oh mein Gott, das ist nur aus uns geworden, ey. Weiß ich nicht, ne? Früher richtig so serious player so, und jetzt mittlerweile nimmt man gar nichts mehr ernst hier. Ja, ganz früher noch die Assis. Aber gut, wer die alten Folgen guckt, hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Genau, und wer ist so eine Jogginghose da zu ans? Äh, hallo, was? Ja. Aber man muss natürlich sagen, wir haben uns hier natürlich extrem weiterentwickelt im Vergleich zu... Äh, ja. Früher. Keiner Cut, lieber. Achso. Ja, achso. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Czerno angekommen. Äh, wahrscheinlich in Czerno. Elektro angekommen. Wahrscheinlich in Czerno war nichts mehr los. Auf dem Weg in der Elektro nicht. Und hier in Elektro möchtest du da mal ein Statement so abgeben? Ja, hier wird natürlich für den Umweltschutz eingesetzt. Mit den ganzen Büschen, mit den ganzen Wäldern. Sieht ziemlich cool aus. Natürlich auch hier, natürlich in der Daily Standalone wird der Klimaschutz groß geschrieben. Hier CO2-neutrales Spielen. Achso. Vor allem auf dem Area 51 Server. Ja. Hier ist man sehr, sehr bewusst. Jemand hat auch geschrieben, wir sollen... Ja, was? Ein Achso-Counter reinmachen, Mann. Das wäre geil. Achso. Achso, Mann. Scheiße. Ja, gut. Wenn ihr mal Achso zählen wollt, dann schreibt sie einfach mal in die Kommentare hier. Am besten für jedes Achso einmal. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns hier mal den Vorplatz... Wahrscheinlich Vorplatz an, oder? Den Vorplatz an. Den Vorplatz natürlich. Oh, shit. Scheiße. Ey, das ist so ein Bunker, das finde ich cool irgendwie. Das findest du cool, oder? Das ist jetzt... Ja, ich find das cool hier mit einem Rektor. Kann ich auch hier hochspringen, oder geht das nicht so gut? Oh, nee, du bist so schlecht, glaube ich, oder? Nee, denk an Mario, Mann, geht's. Oh, nice. Siehst du, Mario direkt Jump'n'Run-König hier, Daniel am Start. So wie Super Mario natürlich. Blume kommt aus dem Block. Achso. Oh, achso. Ja, kleine Kollege-Anspielung hier, wer sie verstanden hat. Natürlich, nur die wenigen unter euch wahrscheinlich. Denn die meisten hören das wahrscheinlich gar nicht. Oh mein Gott. Oder doch? Achso. Ich weiß es nicht. Aha. Ja, was nochmal wichtig ist, wir brauchen irgendwie neue Server, oder? Wir brauchen echt mal neue Server-Empfehlungen. Ja, ist echt so. Die sind so ein bisschen, äh... Ja. Ja, ins Stocken geraten, ne? Gerne guter Mix hier aus Friendly und nicht Kill-On-Side, aber doch nicht so Friendly. Gerne natürlich auch französische oder russische Server für den besonderen Adrenalin-Kick. Oh ja, die wir natürlich sehr mögen, obwohl französisch bin ich hier raus, glaube ich. Alter, musst du alles übernehmen. Ja, kein Problem. Wenn Russen kann ich mich noch unterhalten. Bonsoir, so weißt du, das ist so ein bisschen, du musst ein bisschen reinnudeln, dann verstehen die dich schon. Also Polen, Russen, kein Problem, da kann ich mich gut unterhalten, aber französisch bin ich, da bin ich raus, ne? Ja, wahrscheinlich kannst du dich auch mit Kroaten gut unterhalten, oder? Kroescher reicht, oder? Ja, Kroescher reicht, ja. Ja, das sieht geil aus in Elektro mit den ganzen Wäldern. Also ich finde auch wirklich, also das sieht schon nice aus. Das wirkt auch mal wirklich wie so ein bisschen, mal ein bisschen mehr apokalyptischer, ne? So als hätte sich halt wirklich 30 Jahre keiner um diese Stadt gekümmert. Ja, ist so. Das ist richtig geil, man. Richtig atmosphärisch. Und kann man natürlich auch gerne ins normale Gameplay einfügen, liebes Bohemia-Team. Ach so. Ja, aber natürlich aufpassen nicht, dass das Game noch ein bisschen an Charakter gewinnt und Spaß macht. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, Digger, die Leute zahlen mittlerweile 40 Euro oder mehr für das Game. Den darf man auch nicht zu viel bieten. Ey, das wäre schlimm, da hätten wir noch Spaß in dem Game, man. Oh mein Gott. Nach sechs Jahren nochmal hier Spaß in der Daisy Standalone. Das ist ja ... Lass ich das nochmal leben. Ach so. Das ist doch sechs Jahre, ne? Sechs Jahre, oder? Kann sein. Ende 2013. Mehr, oh Gott, Digger, mehr als sechs Jahre. Das sind mehr als sechs Jahre, ne, mittlerweile. Da haben wir natürlich schon alles gesehen in diesem Game, was es eigentlich gibt. Ja, in sechs Jahren kann viel passieren. Da kann man vielleicht auch mal eine Ausbildung machen oder einen Universitätsabschluss, ein Kind großgezogen haben. Wo bist du eigentlich hin? Digger, wahrscheinlich Digger, Gruppensystem. Ja, was für Gruppensystem? Hier gibt es auch ein Gruppensystem, liebe Leute. Äh, was? Oh, du bist so ein ... Ey, ganz ehrlich. Hätte ich eine Waffe, ne? Äh, ach so. Habe ich ... Habe ich eingeladen. Jetzt zum Ende nochmal eingeladen. Macht voll viel Sinn eigentlich. Ja. Das macht Sinn vor allem, wo wir hier doch dicht an dicht stehen, hier im Elektro-Dickicht. Ach so. Dickicht, wahrscheinlich, oder? Was? Oh, Dickicht. Oh, Dickicht. Dickicht, Alter. Dicki. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, bevor das Niveau noch weiter sinkt, liebe Leute, würde ich sagen ... Würde ich auch sagen, machen wir hier doch mal einen kleinen Sicherheitscut. Und in dem Sinne ... Bis, ähm ... Dienstag 19 Uhr, würde ich sagen. Ne, mal gucken wir wieder nach. Bis dann, Leute. Perfekt, liebe Leute. Oh, Baby. Oh Gott.